zuhause zuhause du bist bei RTL gekommen du warst bei RTL scheiß ja genau aber RTL berichtet RTL berichtet dass du drinnen wirst ich war ich schwöre ich war drinnen ich schwöre ich schwöre du war was drinnen zuhause warst du ja ja wo drinnen zuhause was sagst du da RTL und Bild haben behauptet du warst drinnen aber du hast nie behauptet du warst doch einfach weg du hast doch recht ja Leute du hast 100% recht Assalamu alaikum also Borello hat nie behauptet dass er irgendwann drinnen war oder abschieberhaft oder keine Ahnung habe ich auch nicht wahlah unterdank unterdank lass die Kommentare an lass die Kommentare an wahlah mach die Kommentare nicht aus bitte warum was gibt denn Alex was gibt denn schreiben die denn keine Ahnung wahlah juck mich auch nicht heute ist mein letzter Tag nein man sag sowas nicht wahlah weiteres die 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 mich feiern sagen king 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 sowas interessiert mich was der sagt Lügner dies das weißt du welche Leute die sind die in Kommentare geschrieben haben ja man endlich abgeschoben hier ich war aber auch geschockt manche Kommentare bei Allah viele haben sich gefreut dass du wo sie gehört haben dass du angeblich drinnen bist viele haben das gefeiert weißt du deswegen die die mich feiern und so die die mich lieben liebe zurück die die sich gefreut haben ich würde ich würde ich würde die sich gefreut haben hier bin ich in Deutschland was wollt ihr machen mein Kjero auf euer Kopf mein Kjero auf euer Kopf genau ja 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 Jön Jön ne 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 danke Vincenzo danke Jön Leute kommt alle zusammen alle zusammen die runde gehört uns Leute kommt Dragan danke danke ne king 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 ich liebe euch Leute Wollah Lisa danke Alekum Asala ich liebe nur Alekum Asala Ja 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 Leute einmal hier einmal durch folgen auf den Account Leute folgt einmal alle durch Leute bei mir folgt oder nicht ich werde aufhören heute mit tiktok sagen mal bei mir drüben sollen bei mir voll durch bitte bitte danke ey was sagen die Leute du hattest du hattest mit umut stress gestern hast ihm verraten schreibt boss deluxe abonnieren zuh